Um diesen Top-Level zu erreichen, in der Formel 1 erfolgreich zu sein, nicht nur mitzufahren, das war mir irgendwann einmal bewusst geworden, dass ich das nicht habe. Und mein Manager damals hat mir gesagt, du kannst Profi-Rennfahrer werden, du wirst damit Geld verdienen, aber mein Rat ist, du bist viel besser im Unternehmertum und als Manager. Ich habe damals eine Racing School geleitet für ihn, bin mit den Kunden umgegangen, und habe Sponsorship raisen müssen, weil ich kein Geld gehabt habe. Und er hat gesagt, du kommst eines Tages zurück und machst Formel 1 auf das Unternehmen. Okay, also herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Lange, lange auf meiner Bucketlist endlich zu Gast. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel sagen. Toto Wolf, hallo Toto. Hi, hi. Also man kennt dich ja sozusagen bei dem, wo du heute angekommen bist, als eines der Gesichter der Formel 1. Aber was die wenigsten, glaube ich, so richtig wissen, du hast, glaube ich, deine ersten Schritte gemacht, unter anderem auch im Digital-Business, ne? Ja, absolut. Also nach dem Rennfahren, wo ich versucht habe, sagen wir mal, eine Karriere zu machen, das ist aufgrund fehlender Ressourcen dann auch gescheitert, bin ich quasi ein Kind des frühen Internet-Booms in den End-90ern und habe da als Investor, allerdings nicht mit Geld, sondern Equity for Consulting, war ich dann einigermaßen, sagen wir mal, aktiv. Du hast also die Geschichte, die Legende geht so, du hast dich eingekauft in einen österreichischen Messenger-Dienst, den es damals gab, so wir reden jetzt über 1998, und den mit einem jungen Entwickler abgekauft und unter anderem ihn dadurch beeindruckt, dass du da mit einem Sportwagen vorgefahren bist, aber es war noch kein Mercedes. War kein Mercedes, nein. Die Geschichte ist ein bisschen anders. Ich bin in Amerika gewesen und zurückgekommen nach Europa und habe natürlich in den USA die, sagen wir mal, die Beginne von Netscape und Yahoo, EOL mitbekommen und habe mir gedacht, was gibt es Gleiches in Europa? Und da war natürlich, ich bin Österreicher, da war es natürlich naheliegend, dass ich in Österreich begonnen habe und habe festgestellt, dass die größte Website in Österreich SMS.at war, also ein Messenger-Dienst. Und das hat einem jungen Grazer gehört, ich glaube, er war damals 17 Jahre alt. Und ich bin dann zu ihm gefahren, es gab überhaupt keine, sagen wir mal, Gesellschaft, es hat alles aus dem Kinderzimmer betrieben. Und das war in Österreich so riesengroß, aber die österreichischen Telekom-Provider haben immer wieder versucht, ihm das abzudrehen. Und dann habe ich gesagt, wie machst du das? Hat er gesagt, ja, ich hacke einfach in die SMSC, in den Server hinein. Und wenn ich nicht über Österreich gehe, dann gehe ich über Schweden oder Nigeria. Und das haben wir dann in einer Gesellschaft getan, gemeinsam und dann Kapital geraced. Und er wurde dann irgendwann einmal rausgekauft. Und das ist eine relativ große Firma dann geworden, allerdings mit anderen Partnern. Aber es war dann für dich sozusagen der erste große wirtschaftliche Erfolg dann? Nein, es gab vorher einen Erfolg und zwar ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob das heute noch existiert, eine Spiele-Software-Firma, die JoBoot geheißen hat, die groß geworden ist im deutschsprachigen Raum mit einem Spiel, das Industriegigant geheißen hat. Und die habe ich aus der Steiermark gefunden, bin hingefahren und habe gesagt, ich glaube, ich kann euch IPO'n. Worauf er gesagt hat, wir machen zu wenig Umsatz für einen IPO. Und ich habe gesagt, nein, das geht. In Deutschland werden im Moment Unternehmen IPO'n, die überhaupt keinen Umsatz machen. Und der Deal war, wenn mir das gelingt, dann kriege ich 10 Prozent an der Company. Und das ist dann gelungen. Wir haben eine Kapitalisierung zum Hummer gemacht und haben das Unternehmen dann an der Wiener Börse IPO'ed. Ich kann mich genau erinnern, das war unglaublich, weil es so schnell ging. Und das kam vor dem Messenger-Service und aus SMS.at ist dann was viel Größeres geworden, eine Company, die dann UCP geheißen hat. Vor kurzem habe ich den Ferdi Porsche kennengelernt, den kennst du, glaube ich, auch. Und der hat mir erzählt, wenn ich mit dir spreche, soll ich auf jeden Fall noch auf eine noch frühere Geschäftsidee ansprechen. Und zwar hättest du mal Kerzen verkauft und hast dir da im Kopf geblieben. Ja, der Ferdi Porsche ist eine junge Generation, eine coole Persönlichkeit und gut zu sehen, dass so junge Nachkommen, die auch was im Kopf haben und Charakter. Ja, die Kerzengeschichte ist eine andere. Und zwar im Jahr, ich glaube 1990, hat es in Österreich politisch einen ziemlichen Rechtsruck gegeben mit Jörg Haider. Und es gab dann eine Demonstration, die Lichtermeer geheißen hat, gegen diesen Rechtsruck. Und diese Demonstration war, friedliche Demonstration, war für die gesamte Wiener Innenstadt angesagt. Und Lichtermeer zwangsläufig bedeutet Licht am Abend. Und in der Zeit vor iPhones war die einzige Möglichkeit, das zu machen mit Fackeln. Und dann kam mir die Idee, dass ich alle Fackeln kaufe, die es in Wien und Umgebung gibt. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es waren über 100.000. Und habe die dann, das hat natürlich kaum etwas gekostet, ein paar Groschen, also ein paar Pfennige und das Stück. Und das war natürlich dann kompliziert, diese ganzen Fackeln in eine Wohnung zu schaffen, in der City. Ich weiß nicht, wie viele Fahrten dafür notwendig waren mit dem Golf, den ich damals hatte. Dann haben wir dieses Lager dort aufgebaut und alle möglichen Schulfreunde aktiviert, um an verschiedenen neuralgischen Punkten in der Stadt diese Fackeln zu verkaufen. Und da ging mal nichts. Also es war für den Abend angesagt und wir haben da so begonnen am frühen Nachmittag und ging überhaupt nichts. Wir haben nichts verkauft. Und dann plötzlich ist das in Schwung gekommen. Und die Nachfrage war dann in den, sagen wir mal, 90 Minuten vor dem Lichtermeer dermaßen groß, dass wir zu dritt nur noch herumgelaufen sind und versucht haben, die Verkäufer, sagen wir mal, vom Cash zu befreien, weil sie Angst gehabt hatten. Und die Geschichte war dann, dass ich zu unserer stärksten Verkäuferin gegangen bin, eine Schulfreundin von mir. Und die Nachfrage so stark war, dass sie eben gesagt hat, die Kerze kostet 20 Schilling, also bis 1,5 Euro heute. Und dann hat den Kunde gefragt, und was kostet der Tropfkarton dazu? Und dann hat sie gesagt, nochmal 5 Schilling. Du kannst den Tropfkarton noch nicht extra verkaufen. Und sie hat gesagt, oh ja, die Leute zahlen das, die wollen das wirklich. Also die erste Lektion von, sagen wir mal, Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage da ist, wenn du das Timing richtig hinkriegst, wenn es ein begehrliches Gut wird, dann verkaufst du. Und wenn nicht, geht gar nichts. Das war eine erste wirklich gute Lektion. Und wir haben dann auch einen großen Teil gespendet, natürlich. Aber das war sozusagen noch vor deiner Digitalzeit, das war, oder warst du wirklich noch Teenager oder so, so klang das so gut. Ja, ja, 18. 18. Und dann hast du aber deine ganze Selbstständigkeit ja auch gar nicht angefangen, sozusagen unmittelbar, sondern du warst auch noch eine Weile in einem Stahlwerk, habe ich gelesen, oder in einer Stahlfabrik, beschäftigt dich als Verkaufs-, oder als Assistent von einem Verkaufsleiter und hast dann gesehen, wie der auch einfach Preise zusammenschustert und einfach irgendwelche Margen draufschlägt und hast gesagt, okay, das kann ich auch, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja, also es war, ich habe wirklich viel gelernt, muss ich sagen. Ich hatte einen guten Vorgesetzten, einen Verkaufsleiter, der hat mich am ersten Tag gleich in den Mangel genommen und hat gesagt, jetzt machst du mir ein Budget fürs nächste Jahr. Das Wort Budget, das war für mich nur ein Begriff aus den Nachrichten, Budgetdefizit oder ein Budget für die österreichische Republik, aber was ein Budget für eine Company bedeutet, also habe ich überhaupt nicht gewusst. Damals war ich 22, Studienabbrecher, Rennfahrer und ich habe gesagt, okay, wie mache ich das? Und dann habe ich gesagt, schau, du nimmst dir die Vorjahresgewinn- und Verlustrechnung, schaust, welche Kunden wir haben, schaust dir die Länder an, wie viel wir verdient haben und dann versuch mir zu erklären, was wir in den verschiedenen Ländern im nächsten Jahr verdienen können, schau dir die Historie dieser Unternehmen mit uns an und mach mir mal einen ersten Wurf für, ich glaube, das war dann der Dachbereich, für alle Kunden, wie wir das im nächsten Jahr tun. Und dann hat er mich weggeschickt. Und dann kam ich also nach ein paar Stunden wieder mit meinem ersten Budgetentwurf, den hat er dann zur Sau gemacht und hat gesagt, also das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und das machst du jetzt so und dann habe ich die nächsten Tage verbracht, wirklich zu lernen, wie man budgetiert. Und das waren mir dann doch ganz wichtige Lektionen. Und dann hat der Eigentümer, der Verkaufsleiter ist dann weggeheadhunted worden und der Eigentümer wollte dann jemanden Neuen bestellen und die gesamte Belegschaft, die dort tätig war, hat sich also dann wirklich hinter mich gestellt und hat gesagt, der Toto kann das. Natürlich für ein Unternehmen, das ziemlich groß war, damals einen 23-Jährigen nach einem Jahr zum Verkaufsleiter zu machen, das war vielleicht dann doch ein großer Schritt, aber ich habe das dann einige Monate gemacht und kam dann eben zu dem Punkt, dass ich festgestellt habe, ich will einfach kein Angestellter sein und mich nach jemand anderem richten. Ich will das für mich selbst schaffen und habe dann dieses Produkt und alle möglichen Beiprodukte übernommen in eine Vertretung in Polen. Ich habe dort eine Agentur aufgemacht mit zwei polnischen Partnern. Meine Mutter ist Polin, also ich spreche die Sprache und da war mir klar, anstatt Margen zu rechnen, wie mir das vorgegeben worden ist in einem Korridor, je nach Größe des Kunden, je nach Markt, habe ich dann irgendwann einmal begonnen zu rechnen, was er eigentlich verdient an den Aufträgen, die ich abwickele und aufgrund meiner Reisen zusammengekommen ist und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt selbst und habe dann dieses Produkt genommen und ein paar andere von anderen Unternehmen und habe dann dieses erste Unternehmen aufgezogen und wie ich dann zum M&E-Bereich gekommen bin, war auch ein Zufall, weil einer unserer größten Kunden in die Insolvenz gegangen ist und er hat Ausstände bei uns gehabt und für uns hätte das ein großes Problem bedeutet, wenn wir das nicht, sagen wir mal, wieder rekuperieren. Und dann kam eben die Idee, lass uns die Firma kaufen. Und dann kamen mir erstmalig Worte quasi unter die Nase wie Due Diligence. Was ist das? Und wirklich Learning on the Job. Und das heißt, deine ganze Frühphase, da warst du schon unternehmerisch tätig, war das auch schon so, dass du dann darüber deine parallel stattfindende Rennfahrerkarriere selber finanziert hast oder war das irgendwie zeitlich ordnest du mal ein? Also war das sozusagen, da warst du noch parallel noch Rennfahrer, oder? So habe ich das wahrgenommen. Ich habe mal einen Satz gelesen, der irgendwie zutrifft auf mich. Einmal Man of a Single Task. Wenn ich mich hinter etwas stelle, gibt es links und rechts überhaupt nichts. Dann gebe ich alles, bis es mir keinen Spaß mehr macht. Und deswegen hat Rennfahren überhaupt nicht stattgefunden. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Rennen gesehen. In den Jahren, sagen wir mal, in den nächsten sechs oder sieben Jahren ging alles um die Firma. Dann kam eben der Tech-Bereich dazu. Und erst Ende der 90er dann hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt, komm, lass uns doch ein Langstreckenrennen fahren. Er war auch ein ehemaliger Rennfahrer. Und ich habe gesagt, wirklich, ich habe das Jahre nicht gemacht. Nein, das können wir machen. Das ist wie Radfahren. Kann man es einmal, kann man es immer. Und so bin ich dann wieder in diese, sagen wir mal, Schiene hineingerutscht, dass ich parallel zu meinem Job reingefahren bin, so wie andere Tennisspielen oder Golfspielen gegangen sind. Und deine Firmen, also die du da übernommen hast, wie groß war die damals zu dem Zeitpunkt? Winzig. War also wahrscheinlich für heutige Begriffe 10 Millionen Umsatz Euro. Also ganz kleine Unternehmen. Aber es war egal. Ein großes Unternehmen oder ein kleines Unternehmen kaufen hat ganz ähnliche Parallelen. Aber ich meine, du hast ja dann irgendwie sozusagen irgendwann, nachdem du den Einstieg in die Formel 1 geschafft, dann auch über dich einzukaufen bei dem Renault-Team, oder? So ging es dann langsam los, ne? Nein, beim Williams-Team. Entschuldigung, beim Williams-Team. Aber das war eine große Vorgeschichte. Das Williams-Team kam erst viel später. Ich habe dann mit Mercedes-Benz ein Junior-Programm aufgesetzt und wir haben junge Rennfahrer entwickelt und gesponsert. Und da kamen 50 Prozent des Budgets von Mercedes und 50 Prozent von mir. Und mit einem Geschäftsmodell dahinter. Dass wenn die Fahrer eines Tages Geld verdienen, dass man quasi wie ein Venture-Capital-Investment das zurückverdienen kann. Und das ging über viele Jahre gut und hat Spaß gemacht. Und eines Tages saßen wir also, ich kann mich genau erinnern, im Mövenpick-Hotel am Stuttgarter Airport. Das alte Mövenpick. Und es kam zu der Entscheidung, nehmen wir Fahrer A oder Fahrer B. Und wir haben uns dann für einen entschieden. Und im Nachgang zu diesem Gespräch, an dem Abend, hat einer der Manager gesagt, warum kaufst du dich nicht ein in die HWA? Und dann habe ich gesagt, die HWA? Ja, HWA steht für Hans-Werner Aufrecht, den Gründer von AMG. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch verkauft worden, die AMG und Mercedes. Nein, nicht die Motorsport-Sparte. Die Motorsport-Sparte wurde ausgegliedert in eine eigene Gesellschaft, die jetzt dem Herrn Aufrecht gehört. Und das wird doch passen, du bist doch so ein Investor. Und ich sage, okay, dann spreche ich mit dem Herrn Aufrecht. Und dann sind wir zu einem Deal gekommen. Ich habe 49 Prozent der Firma gekauft und hat mir Riesenspaß gemacht, auch im Mitmanagement zu sein. Hauptaktivität war die DTM damals. Und das war riesengroß in Deutschland. Also gibt es in der Form vielleicht nicht mehr. Aber das war das Gegenplay zur Formel 1 in Deutschland. Werks Motorsport, Audi, BMW und Mercedes. Und eines Tages kam ein Anruf. Vom Büro des Herrn Matteschitz. Ob der Herr Matteschitz vorbeikommen könnte, weil er möchte Toro Rosso verkaufen, das kleine Team. Und er hat sich gedacht, dass wir passen. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein Scherz, weil Red Bull war damals schon ein richtiger Player. Aber es kam, dass der Helikopter auf der Wiese gegenüber gelandet ist. Herr Matteschitz ist reingekommen und hat gesagt, was heute Alpha Tauri ist, wollte das Team kaufen. Und ich habe dann mein Büro, das immer noch Venture Capital gemacht hat, in Bewegung gesetzt und habe gesagt, lass uns den Case prüfen. Und wir kamen dann zu dem Schluss, dass es nicht interessant ist, weil zu dem Zeitpunkt große OEMs in der Formel 1 waren. Honda, Toyota, BMW, Ferrari, Mercedes mit McLaren. Und da war quasi Feuer angesagt, also ohne Limit Ausgaben. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und viele Jahre oder einige Jahre dann später, das muss gewesen sein, 2009, habe ich dann den Frank Williams kennengelernt. und saß dann bei meinem Büro und hat gesagt, ich habe gehört, du bist ein Investor, die HWA ist eine super Firma, ich respektiere den Hans-Werner Aufrecht so sehr. Ich habe gehört, du kannst mir helfen, meinen Kredit für mein Haus zurückzuzahlen. Dann sitze ich da vor Sir Frank Williams, eine Ikone der Formel 1, und habe gesagt, ja, lass uns doch einen Deal hier finden. Und so kam es dann, dass ich 10% gekauft habe, nachher bis auf 20, fast auf 20 rausgekommen bin und dann Williams-Teilhaber war. Also es waren dann doch spannende Zeiten. Aber das heißt, damals warst du dann schon so wirtschaftlich schlagkräftig, dass du dir sowas leisten konntest. Weil ich meine, das heißt, aber das erste Geld hast du dann in der, durch sozusagen diese frühen Transaktionen, Gaming, Messenger-Service, dann die Firma, wo du sozusagen erst selber angestellt warst, das hast du dir sozusagen da über verschiedenste Dealen und Weiterverkaufen sozusagen erarbeitet. Ja, auch die HWA war ein richtig wichtiger Meilenstein für mich, nicht nur um das Geschäft besser zu verstehen, sondern auch der Verkauf der Anteile. An wen habt ihr das verkauft? Wir haben es verkauft, zuerst mal über die Börse. Wir haben eine unheimliche Nachfrage gehabt beim Börsengang und haben dann verkauft an eine katharische Investmentfamilie, Firma der Altani-Familie, die dieses Business gemacht hat. Und so war ich dann quasi wieder draußen aus dem Unternehmen. Und so kamen die Ressourcen zusammen, dass ich mir das leisten konnte. Ich habe nie einen Euro-Kredit genommen oder mich mit Fremdkapital der Banken refinanziert, weil mir das zu großes Risiko war, auch aufgrund der Vergangenheit in meiner Familie, wo das schiefgegangen ist. Und so war ich dann Williams-Eigentümer, Miteigentümer. Aber das Williams-Investment, ich habe das versucht zu verfolgen, das ist gar nicht so gut gelaufen für dich, oder? Das ist okay gelaufen, weil ich habe in Williams investiert. Wir haben auch dann das Unternehmen in dieses kleine Segment der Frankfurter Börse, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat, gebracht. Und ich bin dann dort ausgestiegen und habe meine Anteile nach wenigen Jahren wieder verkauft. Und das war auch quasi die Idee. Das heißt, du hast dann auch wirklich schon auf einem Niveau verkauft, im Sinne von IPO, danach Haltefrist verkauft. Das machst du ja nicht mit ein paar hunderttausend Euro. Das waren dann schon relativ große Summen. Ja, das waren große Summen. Also ich habe mich, glaube ich, bei dem Investment verdoppelt oder verdreifacht. Aber wir haben schon, das Unternehmen wurde dann doch mit 40 oder 50 Millionen bewertet, wie ich hineingekommen bin. Okay, also ich habe so ein bisschen den Börsenkurs gesehen und wusste nicht ganz genau, wann bist du rein, wann bist du raus. Okay, aber was mir aus der Zeit hängen geblieben ist in der Recherche ist, dass du damals einen Fahrer hattest zu der Zeit. Pastor Maldonado hat der geheißen. Und der hat überraschend für alle ein Rennen, ein Formel-1-Rennen gewonnen. Und das war, glaube ich, für dich aber am Endeffekt der viel größere Erfolg als das wirtschaftliche, weil das war dann deine Eintrittskarte, zusammen mit Mercedes zu sprechen. Nochmal. Ja, genau. Also ich hatte natürlich die Verbindung zu Mercedes immer gehabt, aber der sportliche Erfolg war schon wichtig und wir waren als Team unterfinanziert mit dem Pastor als Fahrer, der nicht der Michael Schumacher war, muss man schon sagen, aber ein wirklich netter Kerl. Wir haben das Sponsorship gebraucht, das er mitgebracht hat. Das war substanziell. Und ich war zuerst als Non-Executive-Director in der Firma von 2009 weg und bin dann schrittweise immer mehr ins aktive Management gerutscht. Und am Anfang des Jahres 2012 hat der CEO hingeschmissen. Und dann hat mich der Frank Williams gefragt, willst du das gemeinsam mit mir machen? Und dann habe ich mir so ein Hemd besorgt mit einem Williams-Logo und dann auf der anderen Seite stand mein Name. Und dann haben wir das Team gemeinsam gemanagt und haben unheimlich viel Energie in das Unternehmen gesteckt. Und mir ist dann klar geworden, wie gut eine Mannschaft funktionieren kann, wenn viel Optimismus ist. und ein positiver Mindset. Und dann haben wir unglaublicherweise mit dem Pastor in Barcelona gewonnen. Und das war quasi der Anlass, dass Mercedes mich gefragt hat, warum gewinnt Williams ein Rennen mit de facto wenig Ressourcen und wir auch nur eins. Und dann hast du da eine Präsentation gehalten vor dem Mercedes-Vorstand und denen erklärt, ihr müsst mehr investieren und wie man das so macht. Und dann haben die gesagt, okay, warum nicht direkt mit dir? Ja, genau so war es. Wolfgang Bernhard, einer der Vorstände, den hatte ich über drei Ecken gekannt. Er kam dann zu mir und hat mich gefragt, ob wir frühstücken gehen können in Wien. Und das haben wir gemacht. Und dann wurde ich eingeladen, dann ist einmal ein paar Monate nichts passiert. Und dann wurde ich eingeladen nach Stuttgart, um den Wolfgang und den Dieter Zetsche zu treffen, mit dem, sagen wir mal, mit der Frage, warum gewinnen wir nicht? Wir haben ein Team gekauft, das 2009 Weltmeister geworden ist und wir sind seitdem nur vierter oder fünfter. Und ich habe gesagt, ich kann es mir gerne anschauen, aber ich bin bei Williams, bin einer der Teilhaber und möchte niemandem schlechtreden. Und nein, schaust dir an. Dann ist mir angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass ihre Erwartungshaltung einfach falsch war in Anbetracht der Budgets, die es gegeben hat. Und das war niemandem ein Fehler, weil das Team wurde gekauft mit einem relativ großen, mit relativ viel Cash im Unternehmen. Und die Annahme war, wir brauchen keine Zuschüsse. Wir werden das auch so führen können, einigermaßen break-even und trotzdem konkurrenzfähig zu sein. Und ich habe gesagt, was ist eure Expectations? Und da war dann schon Weltmeister zu werden, weil dafür haben wir ein Weltmeister-Team gekauft. Und mein Feedback war dann, irgendeiner von uns liegt falsch, weil ich habe das gleiche Budget. Mein Plan ist Top 5 und ihr wollt Weltmeister werden. Da haben wir dann einigermaßen sehr direkt und robust diskutiert. Das Management, also auch rund um Wolfgang und Dieter, no Bullshit, also geradeaus. Und dann kam das Angebot, oder bin ich wieder zurück, dann bin ich wieder nach Stuttgart geholt worden, kam das Angebot, wir würden gerne, dass du Team Principal wirst. und Motorsport-Chef von Mercedes. Und das ist natürlich für mich als, sagen wir mal, Racing Racer, wie ein Ritterschlag. Es geht nicht größer. Also quasi mein Vorgänger war der Norbert Haug, der Mercedes Motorsport einige Jahrzehnte geprägt hat. Und der Team Principal war Ross Braun. Also besser geht es nicht. Ich habe aber dann abgelehnt, weil ich habe gesagt, ich bin ein Shareholder von Williams und ich gebe mir eine ganze Kraft, um dieses Team wieder zurück zu alter Glocke zu bringen. Und so sehr ich mich geehrt fühle, muss ich Unternehmer sein. Und dann hat Dieter Zetscher und der Wolfgang Bernhard haben sich dann angeschaut und haben gesagt, wir haben uns gedacht, dass sie das sagen. Deswegen hier die Möglichkeit, 40 Prozent zu kaufen, unser Partner zu werden. Wir haben gerade die 40 Prozent von unserem Abu Dhabi-Shareholder zurückgekauft und diese Möglichkeit würden wir ihnen gerne geben. Und dann war das für dich auch kein Problem, das Geld aufzubringen? Also musst du das finanzieren oder konntest du direkt Cash da einsteigen? Nein, also das war dann schon ein Problem, weil wir sprechen, haben dann wieder in einer ganz anderen Liga gesprochen und ich habe dann gesagt, das würde ich gerne machen. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich alles reinstecke, was ich habe, dann würde für mich das Risiko zu groß sein. Was für einen Kaufpreis reden wir in der Größenordnung? Sind das damals schon 100 Millionen oder sowas? Kaufpreis mittelstelligen, wie sagt man, mittig zweistelligen. Mittlerer zweistelliger. 40 bis 60 Millionen so in dem Range. Das war in der Größenordnung. Und das war natürlich, das wollte ich nicht und konnte auch nicht. Ich habe immer die Mentalität verfolgt, nur kalkulierbares Risiko einzugehen. Das bedeutet, ich kann mit dem Worst Case leben und das würde mein Dasein nicht verändern. Und das hätte schon bedeutet, dass es sehr stark mein Leben verändert hätte, wenn ich dieses Investment verloren hätte. Und insofern war der Vorstand dann sehr gut. Ich habe also einen großen Teil, Skin in the Game haben sie das genannt, tatsächlich eingebracht mit Kapital und dann gemeinsam mit Mercedes über ein paar Jahre hinweg ein Modell gefunden, wo je nach sportlichen Erfolg innerhalb der Budgets quasi eine Erfolgskomponente existiert hat, die mir die Rückzahlung erlaubt hat. Es gibt also die Legende, musst du jetzt wahrscheinlich irgendwie nichts zu sagen, aber angeblich eine Million pro Sieg. Oder jeder Sieg war für dich ungefähr eine Million wert. Nein, ganz falsch. Es war eher so, dass es um das Endergebnis ging in der Fahrer- oder Weltmeisterschaft und was das für den Unternehmenswert bedeuten würde. Also so, wie es gerechnet worden ist, ist, dass wir hatten eine Einstiegsbewertung und je nach Erfolg habe ich eine Put-Option gehabt, die Anteile an Mercedes zurückzuverkaufen zu einem gewissen Wert. Weil wie ich eingestiegen bin, habe ich gesagt, was soll ich mit 40 Prozent machen? Das ist ein Minderheitsanteil an einem Team, das kauft ja nie wieder wer. Und dann haben sie gesagt, okay, je nach Erfolg würden wir das dann wieder kaufen, haben wir eine Put-Option gegeben mit einer Upside und mit einer Downside. Und wir sind dann ab 2014 so erfolgreich gewesen, dass diese Put-Option sich sehr vorteilhaft entwickelt hat. Weil sieben Jahre in Folge Weltmeister werden ist schon ganz okay gelesen. Das war so nicht absehbar, ja. Wie viel bei so einer Weltmeisterschaft ist am Ende Fahrer, wie viel ist Motor, wie viel ist sozusagen am Ende Teamchef? Es muss alles zusammenkommen. Steht natürlich der Teamchef und der Fahrer ganz vorne, aber am Ende repräsentieren wir viele tausend Menschen, die für diese zwei Autos arbeiten, die Motoren mit einbringen, die Chassis konstruieren und entwickeln. Den Rückhalt vom Vorstand, die uns wirklich tun haben lassen, mit einer langen Leine diese unglaubliche Marke zu vertreten in der Welt. Und das hat alles dazu beigetragen, dass wir dann erfolgreich sind. Nur ein guter Fahrer mit einem schlechten Auto, der Motor wird nicht gewinnen. Und genauso wird ein gutes Auto mit einem guten Motor und einem schlechten Fahrer nicht gewinnen. Also du musst diese ganzen Säulen abdecken, quasi um erfolgreich zu sein. Trotzdem ist es dann ja so, dass die Formel 1 selber auch nochmal eine andere Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Ich meine, in der Anfangsphase, die wir gerade besprochen haben, da war das ja sozusagen auch andere Investoren. Bernie Eccleston spielte eine große Rolle. Und dann gab es, glaube ich, den entscheidenden Punkt, irgendwie das Liberty Media, die amerikanische Firma, eingestiegen ist und nochmal die ganze Plattform verändert hat, oder? Also würde es zumindest von außen wahr? Ja, aber das ist dann doch ein langjähriger Prozess gewesen. Also in meiner Anfangszeit hat Bernie Eccleston das Unternehmen immer noch geleitet, obwohl CVC der größte Anteilseigner war. Aber er hat das groß gemacht, trotz seiner, sagen wir mal, dispotischen Art, hat alle Fäden gezogen. Und irgendwann einmal hat dann CVC sich entschieden, das Unternehmen an Liberty zu verkaufen. Und ab dann hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Ein amerikanisches Management, sehr pragmatisch, nicht emotionell getrieben, das, sagen wir mal, High and Fire und machiavellistische Tun hat dann aufgehört. Und dann haben alle am gleichen Strang gezogen. Und dann kam natürlich diese große Competition zwischen Ferrari, Red Bull und Mercedes. Dann in den Jahren danach Verstappen und Hamilton, die eine unheimliche Show geliefert hat. Und natürlich Drive to Survive. Zweifelsohne, in Covid-Jahren, wo die Leute zu Hause gesessen sind, kam diese Show und hat einfach Persönlichkeiten dargestellt und nicht so sehr den Sport im Vordergrund. Und wir waren, meines Wissens nach, einer der ganz wenigen Sportarten, die Rennen gefahren sind. Weil wir haben das unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, alle 250 Covid-Tests gemacht, um in dieses Fahrerlager reinzukommen. Und das war natürlich auch eine sehr positive Fügung, trotz des sehr schlimmen Umfelds. Ich meine, am Ende haben die Liberty-Leute doch sozusagen all das gemacht, was Björn Eccles noch nicht machen wollte. Also sozusagen Dokumentation, Social Media, sozusagen Funksprüche auf einmal bei Instagram oder bei TikTok ausstrahlen und so. Warst du denn da von Anfang an von überzeugt, dass man das so machen muss oder war dir das selber klar, okay, jetzt, so muss man mit der Plattform Formel 1 umgehen? Nein, das war nicht sofort richtig, weil da kamen dann doch einige unkonventionelle Ideen und Bernie hat immer gesagt, das ist ein Michelin-Restaurant, die Formel 1 und kein Burger-Joint. Und wie wir dann Social Media, wie wir gesagt haben, die Fahrer müssen einfach Social Media machen, hat er gesagt, die Leute, die Social Media anschauen, das sind nicht die Kunden der Formel 1. Die kaufen keine Rolex und auch keinen Mercedes oder Ferrari und deswegen interessiert mich diese, sagen wir mal, diese Zielgruppe nicht. Und dann kam dann eben, kam Liberty, das Thema Social Media ist plötzlich geöffnet worden. Junge Fahrer, die wirklich, sagen wir mal, lustige, kleine Persönlichkeiten waren, plus Lewis Hamilton, hat natürlich eine völlig neue Zielgruppe geöffnet und das Thema Drive to Survive war etwas, was mir und Ferrari oder uns Mercedes und Ferrari gar nicht gefallen hat, weil die haben kaum etwas bezahlt für die Rechte, waren sehr intrusive, sind überall mit ihren Kameras herumgelaufen und deswegen haben wir entschieden, wir machen da nicht mit. und mein Ferrari gegenüber hat gesagt, wir sind hier, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen und nicht Cirque du Soleil zu machen. Und so ging ein Jahr hinein, was eine große Opportunity war für Netflix aus einer, sagen wir mal, schlechten Situation heraus, weil plötzlich haben sie Menschen dokumentieren müssen, die sonst nie so auf dem Radar waren, weil sie hatten nicht Vettel, nicht Hamilton, nicht Rosberg, sondern dann kamen Ocon und Ricciardo, die sportlich keine große Rolle gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann ein Jahr später wurde das quasi, die Premiere, wurde diese Serie gelauncht und ich war auf meinem Flug nach Australien zum ersten Rennen und habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt an. Und das war echt cringe-worthy. Es war schrecklich. Also die erste Folge war der King of Spain, Alonso gegen Sainz, als würde es da um eine Weltmeisterschaft gehen und de facto war das ein Mittelfeldspiel um Platz 12. Dann kam die nächste, dann habe ich mir die nächste Episode angeschaut, weil ich dem noch eine Chance geben wollte nach 45 Minuten und das ging also gar nicht, war peinlich. Außerdem diese ganzen Idioten zu sehen, die ich eh das ganze Jahr habe, war dann nichts für mich. Und ich bin dann zurückgekommen, habe das vergessen, habe gesagt, da machen wir nicht mehr mit und dann ruft mich eine Freundin an, eine Bekannte aus Wien und sagt, sie würde gerne, ob es möglich wäre, Karten für den Österreich-Grand Prix zu haben. Und ich habe gesagt, für wen? Ja, für meine zwei Söhne, die waren 18 oder 19 Jahre alt, ziemlich coole Jungs. Und dann habe ich gesagt, die interessiert das Thema Formel 1. Ja, wir lieben Drive to Survive. Das ist die beste Show und deswegen wollen wir uns das live anschauen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist meine Einschätzung falsch. Und wir haben dann, die war da eindeutig falsch. Und wir haben dann mit Netflix ausgemacht, okay, wir geben ihnen ein Rennen, bei dem sie berichten können und da geben wir ihnen vollen Zugang und so war es dann auch. Und mittlerweile ist es offensichtlich riesig, du bist ja selber auch zu einer ganz anderen Persönlichkeit geworden, also von einem, sagen wir mal, normalen Sportmanager jetzt zu einem selber Weltstar. Nimmst du das so wahr? Ich meine, ich war auch überrascht, Social Media bespielst du nach wie vor nicht, zumindest selber nicht. Und das ist doch eine ganz skurrile Entwicklung für mich auch, weil diese, sagen wir mal, dieser Wiedererkennungswert nach außen ja erst stattgefunden hat, wie ich gut in meinen 40ern war. Das heißt dann doch einigermaßen mehr mature, um dem auch eine gewisse Skepsis entgegenzulegen. Weil wenn du als junger Sportler oder Sänger oder Schauspieler groß wirst, ist das ja ganz normal, mit dieser Öffentlichkeit umzugehen. Aber bei mir war das so, dass das spät kam und nie so eine große Rolle gespielt hat. Es war eher so der Gedanke, es bringt eigentlich wenig, außer, dass man im Restaurant einen besseren Tisch kriegt. Aber du könntest da schon mehr draus machen. Also wenn du jetzt deinen Account vermarkten würdest, wenn du einen starten würdest und dann richtig Millionen Follower, die du ja wahrscheinlich sofort hättest. Also man kann da schon eine eigene Stimme entwickeln. Ganz viele CEOs auf der Welt wären neidisch auf die Reichweite, die du hättest. Aber du hast keinen Bock. Nein. Ich habe keine Lust drauf und es war auch so, dass ich, für mich gibt es, ich habe eine Kundentheorie und Kunden sind die Menschen, die das Leben meiner Familie und mir selbst besser machen können. Und alles, was ich nach außen hin tue, ist quasi auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Mein Kunde Nummer eins ist meine Frau und meine Familie. Kunde Nummer zwei sind meine Mitarbeiter im Unternehmen und Kunde Nummer drei sind meine Mitstreiter, sei es im Mercedes-Vorstand oder unsere Sponsoren und Partner, die uns helfen, sportlichen Erfolg zu haben. Und alles, was ich tue in der Kommunikation, ist darauf ausgerichtet. Und keiner dieser drei Kundengruppen wäre interessiert an einem Social-Media-Profil von mir in Instagram und deswegen mache ich es nicht. Wir versuchen einigermaßen unser Privatleben rauszuhalten aus den Medien. Und es ist für mich auch sehr skurril, muss ich sagen, dass Manager, Sportmanager oder auch Unternehmer Instagram-Profile betreiben, wo sie dann wie Models in die Kamera lachen. Also das ist mir wirklich unbegreiflich. Und da gibt es ja auch ein paar Kandidaten in der Formel 1. Ich finde das so narzisstisch und daneben, wenn du dich posierst mit deiner Sonnenbrille und cool in die Kamera schaust, so nach dem Motto, ich denke jetzt über etwas sehr Wichtiges gerade nach und das bin ich mit meinen Fahrern, da zieht es mir alles zusammen. und man muss sein Ego im Griff haben und wenn nicht, beginnst du Fehler zu machen. Okay, aber ich sage mal, diese ganze Entwicklung hat ja sozusagen für dich auch zu einem Wahnsinnswertzuwachs geführt. Also ich meine, dieses Team, wenn man es heute an die Börse bringen würde, was wäre das wohl wert, das Mercedes-Team? Also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich schon im Milliardenbereich, oder? Ja, wir sind mittlerweile ja nicht nur ein Trophy-Investment, so wie das früher war, dass jemand einen Anteil an einem Formel-1-Team haben wollte, weil ihm das Sport gefallen hat, sondern wir sind, wir haben, sagen wir mal, Kennzahlen, die gewisse Multiples ergeben und in Amerika hat diese Wandlung vor 15 Jahren oder so stattgefunden, wie dort der Salary-Cap eingeführt worden ist und plötzlich, um zu vermeiden, dass diese verschiedenen Milliardärseigentümer sich ständig überbieten mit Spielergehältern. Also wir reden jetzt von NBA oder so, NFL? NBA und NFL. Also es gibt dort einen Salary-Cap und du hast nur so und so viel über, um deine 60-Mann-Squad zu bezahlen und dann kannst du dich entscheiden, willst du einem Quarterback 20 Millionen bezahlen und dann für den Rest einfach weniger überhaben? Und dann haben diese Firmen begonnen, also die Unternehmen große Gewinne zu machen, auch durch Sponsoren. Und bei uns hat sich das Umfeld geändert mit dem Salary, mit dem Cost-Cap, dass wir plötzlich nicht mehr als 135 Millionen Dollar ausgeben durften, wie das begonnen hat. Mit Ausnahme Fahrern als größten Blog und Marketing. Und das hat unser Ergebnis dann Serians Plus gedreht. Serians Plus gedreht ist gut, wir reden jetzt von 100 Millionen Ergebnis. Also es ist ja schon wirklich ein großes Unternehmen, über 1000 Mitarbeiter mittlerweile, ne? Ja, also wir haben 1300 Mitarbeiter auf der Chassis-Seite und dann auf der, sagen wir mal, Motorenseite, für die ich als Motorsport-Chef mitverantwortlich bin, ja allerdings 100% Mercedes gehört, nochmal 1500 in Summe. Also es sind doch eine große, es sind zwei große Organisationen und heute machen wir diese Gewinne, sind sehr Cashflow-positiv und daraus ergeben sich dann Multiples. Die sind natürlich nur auf dem Papier, weil keiner von uns drei Shareholdern, wir halten alle ein Drittel, will Anteile verkaufen zum jetzigen Zeitpunkt und deswegen kann man sich da schön rechnen. Am Ende des Tages zählt nur der Cashflow, das, was du an Profiten aus dem Unternehmen rausnehmen kannst oder reinvestieren kannst, also Free Cashflow und nicht irgendeine Papierbewertung. Aber sozusagen dein altes Playbook nochmal anzuwenden und sowas an die Börse zu bringen eines Tages, das wäre ja vielleicht schon möglich. Ja, wobei im Jahr 2020, also das Covid, hat mich persönlich schon sehr belastet aus zwei Gründen. Mein Vertrag ist abgelaufen und ich bin richtig gut, wenn ich im Hamsterrad laufe und wenn es stressig ist und wenn der Druck da ist. Also das Risiko eines Burnouts gibt es bei mir nicht, bei mir ist das Risiko eines Bore-Out und plötzlich war ich da, sagen wir mal, auf mich selbst gestellt, irgendwas mit mir anzufangen und dann ist es mir so gar nicht gut gegangen mental über eine lange Zeit hinweg und dann kamen natürlich auch die Zweifel, ob ich das weitermachen möchte. Bin ich ein One-Trick-Pony und mache Team-Manager und Team-Owner oder gehe ich wieder zurück in den Bereich Venture-Capital und Private-Equity? Der hat mir ja über viele Jahre großen Spaß gemacht, 20 Jahre. Und ich habe dann also lange darüber gegrübelt und bin dann zur Entscheidung gekommen, ich will das machen. Das ist meine Nische zwischen Investment und Sport, Racing ist meine Passion, ich kenne mich aus, ich glaube an Live-Sport-Content, die Resilienz gegenüber Covid war natürlich auch etwas, was dazu beigetragen hat, meine Meinung zu festigen und habe dann gemeinsam mit dem Ola Kalenius schon entschieden, lass uns das doch langfristig gemeinsam weitermachen. Und das haben wir dann gemacht und diese Entscheidung jetzt Miteigentümer zu sein mit Mercedes ist etwas, wo ich mich jeden Tag zwicken muss und das ist kein Thema für die Börse und kein Thema zu verkaufen. Als erstes zu vererben? Nein, ich glaube auch nicht an Legacy. Die Kinder sollen machen, was sie wollen und wenn das bedeutet, involviert zu seinem Sportteam, dann können sie das machen, aber die zwei Älteren haben überhaupt kein Interesse oder kein großes Interesse in Motorsport. Mein Sohn studiert International Business und meine Tochter Journalismus beide an der Westküste, also in den Vereinigten Staaten und deswegen das ist Susi und meine Karriere Trajectory und wir wollen das machen, solange uns das großen Spaß macht und nicht dann irgendwann sagen wir mal verkaufen oder IPO'n und wenn es uns irgendwann einmal nicht mehr gibt, dann sollen die Kinder damit machen, was sie wollen. Das heißt, ein bisschen wird man nicht so wie früher Niki Lauda und Bernie Ecclestone, also als alten Menschen, noch irgendwie als alten Herren, als ältes Ehepaar, dann vielleicht noch irgendwie in der Formel 1 sehen und dann mit 70, 80 machst du es immer noch. Ja, aber vielleicht in einer anderen Funktion, also heute kann ich mir das durchaus vorstellen, Niki war ja non-executive Chairman, also Aufsichtsrat und ich bin jetzt voll auf dem Spielfeld als Team Principal und CEO und vielleicht wird das in einigen Jahren so sein, dass ich nicht mehr alle 24 Rennen machen möchte, ich bin über 500 Stunden im Flugzeug im Jahr und ich glaube 200 Hotelnächte waren es, sondern ein bisschen weniger und hoffentlich jemanden aufbauen, der mir nachfolgen kann, der gewisse Agenden übernehmen kann, vielleicht nicht alles, weil ich natürlich als Miteigentümer gewisse Kredibilität habe, aber Key Accounting und Racing macht mir Spaß, aber wer weiß, in 10, 15 oder 20 Jahren vielleicht nicht mehr und dann habe ich eine weniger aktive Rolle im Unternehmen. Ich wollte dich auf ein anderes Thema ansprechen und zwar, du hast gerade deine Tochter erwähnt, es gibt ja auch um die Formel 1 verschiedenste Kontroversen, eine ist natürlich in der heutigen Zeit die Nachhaltigkeitsthematik und da warst du mit ihr jetzt gemeinsam in einem Podcast, da hat sie dich interviewt und da ging es halt genau um diese Themen und du wirst da ja auch häufiger sicherlich drauf angesprochen oder machst dir wahrscheinlich auch deine Gedanken darüber. Wie siehst du das oder kannst du die Frage einfach nicht mehr hören? Nein, sehr wichtige Frage, weil es ist nicht nur meine Tochter und mein Sohn, die mich da challengen, die beiden sind 19 und 22, sondern das ist auch für mich ein großes Thema. Ich sehe es ja jeden Tag, was wir da an Pollution so entgegen entgegenkommt und ich würde gerne dazu beitragen, dass unsere Kinder oder Kindeskinder in einer Welt leben können, wo das Thema Klima und Emissionen einfach so gut wie möglich beherrscht wird. Und die Formel 1 als erster Gedanke ist ja total counterintuitiv mit Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Aber was, weil du könntest ja sagen, wir fliegen sinnlos um die Erde mit Cargo und Mensch und fahren dann sinnlos im Kreis, wie das der Niki Lauda mal formuliert hat, nur um Brot und Spiele zu bieten. Und besser wäre es, dass wir das alles nicht machen und alle bleiben zu Hause und niemand schaut Fernsehen am Wochenende, um die Formel 1 anzusehen. Aber es ist dann halt so, dass wir gesagt haben, wir sind ein Automobilhersteller, es ist das schnellste Labor der Welt, wir können dort auf Prototypen Basis Technologien entwickeln, die sich dann auch wieder in der Serie wiederfinden und wir fahren schon seit geraumer Zeit mit einem Hybridmotor, der die größte Effizienz hat aller Motoren, also Thermal Efficiency nennen wir das mit mehr als 50% und gehen jetzt in ein Reglement hinein in 2026, wo wir 50% elektrisch fahren und 50% herkömmlichen Verbrenner, allerdings mit einem 100% nachhaltigen Sprit und damit aktiv an der Energietransition mit teilnehmen. Es wird im Jahr 2030 eineinhalb Milliarden Autos auf der Welt geben, die mit Verbrennern laufen und wenn wir beweisen können, dass wir nachhaltigen Sprit nicht nur effizient, sondern auch performance-mäßig einsetzen können und sich das im Tankstellennetz wiederfindet, dann können wir an dieser Energietransition teilnehmen oder damit beitragen. Natürlich, das Gegenargument würde bedeuten, lass uns doch gar nicht mehr mit Autos fahren und auch nicht mit Flugzeugen fliegen und sagen wir mal sich in unserem Garten unsere Tomaten anbauen, aber das ist ja nicht die Realität. Wir kaufen gerne Sachen aus China und die werden mit Schiffen transportiert und dann gefällt uns eigentlich Amazon auch sehr gut und wir wollen das Kinderspielzeug morgen haben am allerbesten, also fliegt das mit Luftfracht durch die Gegend oder wird mit Trucks transportiert, Menschen werden zu Geschäftszwecken immer reisen, wir wollen unsere Freunde und Familien besuchen, wir wollen in den Urlaub fahren und wir fahren von A nach B mit unserem Automobil, weil es vielleicht für das Rad zu weit ist und das ist die Realität und mein Case ist, dass wenn wir nachhaltig operieren können und demonstrieren können, dass wir um die Welt fliegen, dass wir Trucks durch Europa schicken und wir das können mit nachhaltigen Technologien, dann kann das jeder und ein Beispiel war ein Präsentationstermin bei einem Sponsor, wo ich gesagt habe, wir fliegen mit nachhaltigem Sprit, also Sustainable Aviation Fuel, das kostet wesentlich mehr als normal, aber wir investieren das im letzten Jahr dreieinhalb Millionen Euro in Sustainable Aviation Fuel und gleichzeitig haben wir experimentiert mit nachhaltigem Sprit für unsere europäischen Rennen in unsere Trucks zu füllen und haben, ich schieße mich tot jetzt in die Nummer, aber 85% Emission Reduzierungen geschafft. Das heißt, wir können hier als Role Model in einer realen Welt zeigen, wie es besser geht und das versuchen wir zu machen. Machst du eigentlich noch viele Investments? Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, 100 Millionen Ergebnis kann man lesen, jetzt im abgelaufenen Jahr, dann 30% fließen Deal dazu mit nachsteuern und allem, aber trotzdem ist es ja sehr viel Geld und dazu kommen noch andere Einnahmen. Investierst du noch, also machst du noch nebenher Venture, PE oder sagst du, nee, aller Fokus, wie gerade gesagt, du hast gerade den Spruch geprägt, also ein Task only oder guckst du nach rechts und links? Ich habe das große Glück, dass ich einen Freund und Geschäftspartner habe, der diese Seite abdeckt und quasi unser Familienoffice führt, unsere Investments leitet, von Venture Capital über Investments in verschiedene Private Equity oder Venture Capital Fonds bis zu sagen wir mal konventionellen Anlagen in Equities und Debt und das ist also unser Kerngeschäft und er managt das, hält mir den Rücken frei, ist auch derjenige, der, wenn es darum geht, sagen wir mal das Shareholder zu verhandeln mit Mercedes und Co. ist er, der das alles macht, also er ist Back of House und ich bin Front of House und diese Synergien zwischen uns funktionieren gut, also auf deine Frage hin, ja, wir machen Investments, wir machen Investments in allerlei Assets und das läuft mal gut und mal je nach Markt nicht so gut, aber wir Public Markets zu schlagen. Du bist ja in der Business Welt kürzlich, mir noch mal besonders aufgefallen, wer dir die Ehre zuteil geworden ist, an der Harvard Business School mit einer eigenen Case Study unterwegs zu sein, aber da ging es gar nicht so sehr um hartes Business, sondern mehr sozusagen um das entsprechende Mindset, die Psychologie dahinter. Ja, also ich bin vor ein paar Jahren darauf gekommen, dass mir eigentlich das Weitergeben von meinen Erfahrungen, Guten und Schlechten, an jüngere Menschen Spaß macht. Und das hat begonnen mit einem Engagement in der Oxford Business School, wo ich bis heute Associate Fellow bin, was einem Gastprofessor gleichkommt und das versuche ich so gut wie möglich zu machen, macht mir Spaß. Und dann kam Harvard mit einer Case Studie. Die Anita, Professorin, ist also bekannt dafür, immer wieder Sport und Medien Persönlichkeiten zu covern, unter anderem Ferguson von Manchester United davor und kam also mit der Anfrage, ob sie das über mich und das Team machen könnten. Das fand ich irgendwie ehrenvoll und da haben wir sie unterstützt, ihr Zugang gegeben. Dann haben wir diesen Case Study präsentiert und dann saß ich da vor den Postgraduate Studenten in Harvard und es hat mir riesen Spaß gemacht und dann war die Idee eben auch dieser Gast Professor ist zu weit gegriffen, aber quasi Gast Lecturer, Gast Professor dort diese Stelle anzunehmen und dann im Jahr immer wieder dort einen Kurs mitzugestalten und jetzt einen eigenen Kurs mit Anita im Januar der über vier Tage läuft zu machen über diese verschiedenen Themen und Leadership Management Under Pressure und so weiter und dieser akademische Teil auch weiterzugeben an die jungen Leute gibt mir viel auch die Tage in Harvard katapultieren mich aus meinem Umfeld heraus also meinem professionellen Umfeld das ist inspirierend mit den Leuten da zu reden diese vier Tage komme ich mir dann wie ein Student vor weil es natürlich auch in die andere Richtung vom Informationsflow fließt nicht nur von mich an die Studenten sondern auch in die andere Richtung und das ist etwas was ich nicht missen möchte und eher dazu beiträgt dass ich in meinem Kerngeschäft besser performe als es mich verwässert oder was ist denn das Number One Learning jetzt in aller Kürze ich meine das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair weil der Kurs viel länger geht aber wenn man jetzt sagt Management Under Pressure was ist denn so das wenn du jetzt einen Satz oder deinen Management Summary hättest für was tut man bestenfalls Under Pressure zu seinen Werten stehen Integer ehrlich bescheiden und wenn du diese Werte mit Kompetenz verbindest und dein Interesse für den Menschen dann kann daraus was Gutes kommen und ich bin sehr interessiert Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten ich kann keine aerodynamische Fläche entwickeln aber ich weiß sehr viel über meinen Neurodynamik Chef ich nehme mir die Zeit das sind die Couch Sessions bei mir wo ich also jeden Zeitplan umwerfe meine Assistentinnen aufstellen weil ich einfach wirklich authentisch Interesse habe für den Menschen und wenn wir sprechen über Teams und Unternehmen was ist das das ist ja irgendwie so eine Gestalt aber am Ende des Tages sind das Menschen die auf einer gemeinsamen Journey sind um ihre Ziele zu erreichen ihre Objectives und wenn wir schaffen diese Energie all dieser Menschen hinter dieses hinter ein gemeinsames Ziel zu stellen dann hast du schon eine gewaltige Power um das zu erreichen was man auch gar nicht ahnt wenn man dich jetzt so hört dass du selber dich auch extrem coachen lässt also irgendwie ich habe gelesen von über 500 Therapiestunden die du schon hinter dir hast ja ich meine das hat natürlich ist eine Situation mit der ich auch mein Leben lang zu kämpfen hatte das Thema Mental Health ist etwas was mich sehr betroffen hat auch gerade aufgrund der schwierigen Umstände in meinen jüngeren Jahren mein Vater zehn Jahre an einem Gehirntumor gelitten und ist dann wie ich 15 war gestorben ohne jeglichen finanziellen Background also es war tatsächlich so dass sie meine Eltern haben versucht mich in der französischen Schule zu halten die privat war aber das ging natürlich finanziell nicht und irgendwann einmal haben sie meine Schwester die zehn war und mich zwölf aus der Klasse raus gefischt am Nachmittag das war ziemlich unangenehm um uns zu sagen wir müssen jetzt unsere Sachen packen und nach Hause fahren und dann habe ich natürlich in einer 45 Minuten Straßenbahnfahrt meiner jungen Schwester erklären müssen warum das ist und das hat mir dann viele Jahre lang immer wieder hat mich in große Krisen gestürzt die ich am Anfang irgendwie mit Glück selbst bewältigen konnte aber irgendwann einmal ist das so overwhelming geworden dass ich und nachdem ich alles versucht habe von sagen wir mal Meditation über jegliche Literatur um ein glückliches Leben dann natürlich auch Hilfe gesucht hat ich habe alles erreicht und irgendwann einmal bin ich bei einem Psychiater gelandet und habe ihm eine Lebensgeschichte erzählt mit Ende 20 und er schaut mich an und sagt sie sollten Bundeskanzler werden oder Bundespräsident aber ich verstehe nicht warum sie an Depressionen leiden und da war mir klar der hat nichts verstanden weil all das Geld und all der Erfolg nur dich nicht rettet nennen wir es so dich nicht rettet vor Krisen die aufgrund einer Kindheit aufgrund von Trauma zusammengekommen sind und deswegen habe ich immer Hilfe gesucht von kompetenten Ärzten und Coaches und es ist bis heute so dass ich schwierige Tage habe die großen Krisen die über viele Monate angedauert haben die hat es jetzt schon länger nicht gegeben aber ich bin davon nie gefeit mental health ist eine Krankheit wie jede andere für mich ist es ich nenne es brain diabetes gehirndiabetes mit einem gebrochenen hand gehst du zum doktor ins kranken haus mit einer depression oder angststörung ist es nach wie vor ein stigma und ich versuche dieses stigma zu brechen ich bin alles andere als schwach oder alles andere als ängstlich trotzdem kann es auch so Menschen wie mich treffen und deswegen muss ich das weitergeben es ist keine Schande ganz im Gegenteil es ist ein Superpower wir sind sensibel dadurch wir können Dinge spüren die andere nicht spüren aber das lässt uns natürlich erfolgreich hochfahren und Menschen verstehen aber auf der anderen Seite nehmen wir natürlich auch negative Schwingungen sehr stark viel stärker wahr als andere Menschen die aktuelle sportliche Situation ist bei euch nicht optimal aber das hat keine Wechselwirkung das ist sozusagen das eine ist der Sport das andere ist ein generelles Zustand in dem du bist Ich fühle mich viele Jahre schon sehr gut und 2020 war eher das letzte Mal wo das schwierig war aber so wie ich vorher gesagt habe meine Komfortzone ist Druck und Pressure dem Karren aus dem sagen wir mal aus dem aus dem Dreck zu ziehen eine Organisation mit zu gestalten und 2020 gerade so wie wir sechs oder sieben Titel hintereinander gewonnen haben ist es dann auch zu einfach geworden und dann kommt Covid und plötzlich sitzt du sitzt du da am Trockenen es passiert nichts es gibt den Stress nicht und das war schwierig für mich Zeiten wie diese wo es darum geht zu kämpfen ein Unternehmen weiter zu entwickeln Visionen zu haben den Hunger um wieder erfolgreich zu sein das ist der Bereich wo ich mich am wohlsten fühle ist Lewis Hamilton der beste Formel 1 Fahrer aller Zeit aus deiner Sicht der Lewis Hamilton ist mit sicher der allerbeste Formel 1 Fahrer weil er die meisten Rekorde hält er ist gleich wie Michael Schumacher im Weltmeister Titel er hat mehr Rennen gewonnen als besten Rennfahrer aber Rekorde sind darum gebrochen zu werden vielleicht gibt es in einigen Jahren in 10 Jahren oder 15 Jahren irgendjemand anderen der noch besser wird aber jetzt ist er der beste Rennfahrer aller Zeiten Was hat so ein Lewis Hamilton oder so ein Super Fahrer was du nicht hattest du warst ja auch am Anfang kurz von der Formel 1 du warst ja nah dran selber zu fahren wo ist der Unterschied mental oder körperlich also ich war nicht nah dran an der Formel 1 das muss man schon sagen ich habe alle möglichen Junior Formeln gemacht und war da auch einigermaßen gut und dann auch in den Sportwagen gut oder in Prototypen aber ich war mir schon relativ früh habe ich immer gewusst was meine Stärken und Schwächen sind und war auch zu mir brutal ehrlich und da gab es Momente wo ich gesehen habe mir das Go-Kart fahren die Ausbildung im Go-Kart gefehlt und vielleicht auch dann um diesen Top Level zu erreichen in der Formel 1 erfolgreich zu sein nicht nur mit zu fahren das war mir irgendwann einmal bewusst geworden dass ich das nicht habe und habe dann mein Manager damals hat mir gesagt du kannst Profi Rennfahrer werden du wirst damit Geld verdienen aber mein Rat ist du bist viel besser im School geleitet für ihn bin mit den Kunden umgegangen habe Sponsorship raisen müssen weil ich kein Geld gehabt habe und er hat gesagt du kommst eines Tages zurück und machst Formel 1 aber als Unternehmer unglaublich ja unglaublich und das ich habe dann also dann kamen die Unfälle von Senna und Ratzenberger im 1994 Mai beide gestorben Karl Mennlinger in Monaco dann schwer verletzt im Koma und dann hat mein Haupt Sponsor gesagt ich möchte einfach das nicht mehr anschauen ich möchte dich nicht im Spital besuchen ich höre am Ende der Saison auf und das war Mitte 94 also ich war 22 und dann habe ich gesagt weißt du was ich habe diese Entscheidung sowieso schon getroffen lass uns jetzt aufhören und ich war damals sehr weit vorne in einer Meisterschaft in einer jungen Formelmeisterschaft und habe gesagt das war's Cut und habe sofort begonnen zu arbeiten um einfach früher dran zu sein als alle anderen um mich früher ausbilden zu lassen und früher zu verstehen und erfolgreich zu sein damit schließt sich jetzt sozusagen der Kreis denn da haben wir ja angefangen dann ging dein Unternehmerleben los mit den verschiedenen Stufen und den Investments und ja ich bin dir sehr dankbar dass du uns die Zeit geschenkt hast das einmal so zu erzählen sozusagen einmal die die ganze Tote-Wolf-Geschichte ich bin gespannt was noch kommt es gäbe noch mehr Themen ich würde noch wissen was du über Las Vegas denkst und all die Dinge vielleicht gibt es eines Tages ja großartig best show ever einmalig was die dort umgesetzt haben aber weißt du wir können darüber nochmal sprechen in der Zukunft die Leute sagen immer wie erfolgreich und wie tüchtig und am Ende des Tages geht es nur um meine eigene Erwartungshaltung ich versuche nichts etwas zu machen für Dritte um zu beweisen dass es finanziellen oder sportlichen Erfolg gibt sondern es geht darum wie ist meine Erwartungshaltung und die verändert sich natürlich aber darum geht es mir und ich möchte gerne mit 80 dann mich umdrehen und sagen das war jetzt meine aktive Zeit meine professionelle Zeit und dann ein Summary zu machen für mich selbst habe ich meine eigene Erwartungshaltung erfüllt war das für mich gut genug und erfolgreich aber nicht mit 50 ich glaube es ist viel zu früh es gibt viele Karrieren die dann steil bergab oder auch steil bergauf gegangen sind und deswegen gibt es für mich noch kein Judgment ob das alles gut war oder nicht was ist denn wichtiger für dich der sportliche Erfolg oder bei so einer Erwartungshaltung oder am Ende auch die wirtschaftliche Seite des Ganzen die gibt es in diesen beiden Richtungen aber ich bin in allererster Linie Racing orientiert die Stopp mir hat es einfach die Stoppuhr angetan weil es so ehrlich ist und deswegen ist mir sportlicher Erfolg wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg aber natürlich wirtschaftlicher Erfolg kommt von nach sportlichem Erfolg also das ist irgendwie hängt eng miteinander zusammen Vielen, vielen Dank ich weiß du hast Folgetermine vielen, vielen Dank dass wir das machen durften und eine schöne Offseason was machst du in der Offseason als letztes was macht man dann wenn man die EU die ganze Zeit rumfliegt bist du jetzt am Bodensee und genießt die Aussicht oder es ist natürlich so dass ich keine wirkliche Offseason habe weil wenn ich nicht bei den Rennen bin dann bin ich im Büro wir haben unsere Basis in Oxford es macht mir riesen Spaß mit den Menschen da zu sein und meine Wochen vor Weihnachten sehen so aus dass ich meistens am Montag zu Hause bin und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder vielleicht auch Freitag in der Firma in Oxford bin und dann wieder zurück nach Hause fliege also ich habe jetzt quasi die nächsten zweieinhalb Wochen einen konventionellen Büro Job und auch das ist wichtig Stimmt es eigentlich dass du deinen Mitarbeitern Bilder zeigst von den selben Menschen also von den Menschen die denselben Job machen bei Red Bull zum Beispiel und sagst guck mal das hier ist dein Gegner bei Red Bull dass du sozusagen solche Motivationstricks nutzt Ja das mache ich schon seit zehn Jahren das ist Enemy Building es funktioniert gut dass du welche Rolle du auch immer hast welchen Job du auch hast und sei es ein kleiner Ingenieur oder ein Housekeeper es gibt ein Gegenüber und dieser Mensch macht einen Job und wenn du in deinem Bereich auf den du Einfluss hast einen besseren Job machen kannst wenn es dich motiviert wenn du müde bist dann wird die Summe für diese Leistungen auch zu einem Erfolg kommen und ich habe gesagt schaut euch das auf LinkedIn an spend the time to look up wer diesen Job macht und die Leute haben diese Fenster offen auf ihren Laptops ich habe das auch ich schaue immer wieder wenn ich den Laptop hochfahre in zwei Gesichter sind keine Formel 1 Gesichter manche haben die Fotos ausgedrückt und tragen sie in Notebooks herum andere wiederum haben es gepinnt auf ihren Schreibtisch und für viele funktioniert das aber es gibt natürlich auch die andere Theorie dass du es für dich selbst schaffen willst und und dann brauchst du das nicht aber ich glaube diese Summe aller sagen wir mal Mindsets haben für mich funktioniert und ein gutes Beispiel ist Louis arbeitet so und wenn du dir anschaust der Last Dance mit Michael Jordan das war genau das gleiche er musste sich einen Gegner raussuchen dem er es beweisen wollte auch wenn das irgendein Random Guy on a Grandstand war so funktionieren wir so funktionieren viele vielen vielen Dank für die Einblicke ich glaube viele Leute haben Bock auf die nächste Case Study oder deinen Kurs oder ähnliches danke dass wir es machen durften danke hat Spaß gemacht alles klar ciao ciao gut ciao macht's gut